Heute ist der Schutzingel-Samstag. Das ist der Almabtrieb auf der Seewaucholm. Der erste Samstag im September ist traditionell. Wir starten an der Früh um 7 Uhr los und rennen die Schafe runter ins Tal und sie kommen zu den Besitzern, zu den Bauern wieder zurück. Ich sage nur noch, Schaf heil und los geht's. Für uns geht's nicht besser. Erstens hast du eine Top-Qualität direkt vor der Haustür, das ist das Wichtigste. Zweitens hast du gutes Gewissen, weil du weißt, von wem du das kriegst, wem du das gibst. Ganz schön gewesen, gell, Simeon? So, da haben wir jetzt unser Schöpzernis. Das sind jetzt, wie ihr seht, die ganzen Teile vom Lamm. Die schlichten wir noch einmal so ganz ein bisschen rein. Jetzt sieht man sehr schön, wie ich das Ganze noch ein bisschen anzuwachsen. Das gibt eine schöne Leitenfarbe. Dann sehen wir noch zwei Drittel. Dann geben wir ein bisschen Gemüse dazu. Das ist sicher eher so die ganz traditionelle Bauernkost. Die haben halt sonst nichts gehabt. Und für uns ist das eigentlich jetzt so wieder die Neuentdeckung von was Traditionellem, muss man sagen. Und für uns ist es wirklich sehr viel guitaristisch. Bis zum nächsten Mal. D hersen регuiاتriente, ja bitte das phenomena! Ciao, ciao!